Hallo Freunde der Kellerameisen. Ja, es ist soweit das letzte Mal, dass man die Camponotus in gewohnter Umgebung sieht. Danach wandern sie zur Winterruhe in den Keller. Die sind jetzt extrem aktiv gerade, was mich wundert, weil ich habe die Verdeckung abgemacht. Und die waren schon im Standby-Modus. Außenaktivität war gar keine mehr zu sehen die letzten Tage. Und scheinbar sind die doch jetzt etwas ungehaltener als normal, wenn man den Deckel abmacht. Und zumindest die Königin ist mal wieder aktiv geworden. Zur Abwechslung immerhin. So sieht man auch mal was. Die wollen sich noch mal von ihrer besten Seite zeigen, kurz bevor ich sie dann für die Winterruhe einkeller. Die Larven entwickeln sich sowieso nicht mehr weiter. Und ja, auch die Königin ist schnell unterwegs gerade. Die weiß, das ist das letzte Mal, dass sie beim Ameisenmittag mitmachen darf. Nein, natürlich nicht. Ich werde die euch auch noch mal im Keller zeigen, wenn die dann eingetötet sind, wie es ihnen geht. Da muss man auch ab und zu mal nachgucken. Aber egal. Hier gibt es nicht mehr viel zu sehen als eine aufgeregte Königin. Deshalb machen wir gleich mal weiter mit dem Messor Barbarus. Und zwar wie immer direkt nach dem Intro. Ameisenmittag Und auf geht es auch schon. Da sitzen sie. Messor Barbarus in Hülle und Fülle. Wie es da mit der Brut aussieht, ist immer schwer zu sagen. Und die Königin ist gerade von der Decke gefallen. Na, dann. Also Außenaktivität war jetzt die letzten Tage nur noch wenig zu beobachten. Die hatten ja jetzt eine Zeit lang ihre große Sammelfase gestartet hier. Ich gucke mal, wie ich das hier besser ins Bild kriege irgendwie. Aber die sind jetzt wohl mit Körner sammeln fertig und bereiten sich auch schon langsam darauf vor, in die Winterruhe zu gehen. Da hinten ist noch eine Larve, die leicht nachbräunt und in der Mitte. Hinter diesem dunklen Korn da mittig. Da haben wir auch noch eine hier oben. Ja, was sind da eigentlich? Ein paar Larven sind da auch noch, so wie es aussieht. Die werden nur von den Ameisen einzeln rumgeschleppt, was es natürlich sehr schwierig macht, abzuschätzen, wie viele das denn jetzt sind. Immerhin sind die aber noch aktiv. Viel aktiver als die Camponotus. Aber die waren immer aktiver als die Camponotus. Alles ist aktiver als eine Camponotus. Eine Herde Elefanten oder eine Herde Faultiere ist aktiver als die Camponotus. Gründen, Faultiere, Herden? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, denn ich habe Messorbarbarus und die bewegen sich. So, ja, die bleiben auf jeden Fall jetzt noch eine Woche, Quatsch, einen Monat bleiben die hier oben. Und dann wandern die in den Keller. Also, ne, der Ameisenmittwoch wird nicht komplett ohne Ameisen stattfinden in nächster Zeit. Denn Messorbarbarus geht etwas später in den Standby. Ja, wir schauen uns auch nochmal, was die Königin so machen. Zumindest die ersten paar, sonst wird das Video zu lang. Dann geht es später weiter. Schauen wir doch einfach mal, wie es da aussieht, wen ich da einkellern kann. Jo. Hier eine Mimikarubra, die nicht gefilmt werden möchte und auf der Flucht ist gerade. Das ist auch die ohne Eier. Und, ach, bleibt doch einmal stehen. Komm. Na, wo ist sie? Millimeter Arbeit hier. So. Da haben wir sie. Und die ist auf der Flucht. Und hallo. Ach komm. Ich mache mit der nächsten weiter. Einen Moment. So, eine Larve. Die flieht nicht. Die bleibt hier liegen. Aber was ist noch hier drin? Nur diese Larve, die sich wahrscheinlich auch nicht mehr entwickeln wird. Danke, Jahreszeit. Eine Ameise, die ich auch gleich ins Bild bekomme, hoffe ich. Na komm. Jetzt kann ich meine Kamera nicht mehr hier, ne, vorhalten, beziehungsweise sagen, der Autofokus der Kamera ist scheiße, weil die hat keinen Autofokus. Das muss ich per Hand einstellen. So, da haben wir sie. Mürmiker Huberer. Ein wunderschönes Tier. Die Farbe gefällt mir auch von denen vor allem. Die ist schon leicht dunkelbräunlich an manchen Ecken hier. Aber das Rot ist auch sehr schön. So ein Rot-Braun. Und ja, jetzt haben wir sie schön. Da sieht man sie etwas verschwommen, weil die irgendein Krams hier an die Scheibe geklebt hat. Die Mürmikas können dann übrigens auch schon in den Keller. Die ohne Eier, die wird jetzt keiner mehr legen. Die wird dann eingekillert in die Winterrohr. Und die hier hat eine Larve, die, wie gesagt, sich wahrscheinlich nicht mehr weiterentwickeln wird erstmal, bis die Winterrohr beendet ist. Die hole ich dann so im, ja, Mitte März, Ende März. Vielleicht auch Anfang April wieder raus. Mal schauen. Wahrscheinlich eher Ende März. Wir werfen am besten nochmal, bevor ich hier lange über die Mürmika rede, einen Blick ins andere Kästchen, was da so los ist. Hier direkt mal etwas Schönes. Das ist die, 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 die. Na, was ist es denn? Die Tetramorium. Und die hat eine zweite Arbeiterin. Die ist wohl gerade erst von der Puppe zur Arbeiterin geworden, denn die ist noch viel heller als die andere. Die dunkeln ja jetzt noch nach. Aber auch die hat nur Larven. Heißt, auch die kommt in den Keller. Die, äh, habe ich das schon mal erwähnt? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber die Puppen überleben die Winterrohr sehr wahrscheinlich nicht. Die Eier, äh, vermutlich auch nicht. Larven und Arbeiterinnen entgegen, kein Problem. Deshalb, alles, was Larven und Arbeiterinnen hat, kommt weg. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Das ist etwas verwackelt bei meiner Vorschau hier. Aber naja, gucken wir mal weiter. Lasius Niger. Sieht fast so aus, als wäre eine zweite Königin. Aber nein, es ist ein riesiger Drecksflat schon einfach nur. Und die hat auch nur Larven, so wie es aussieht. Da sind keine Puppen mehr bei. Die Lasius Niger haben ja welche mit Kokon. Und ich sehe hier keine Kokons. Meistens haben sie welche mit Kokons. Nacktpuppen sind natürlich auch manchmal dabei. Aber naja. Übrigens sieht es so aus, als würden die an der Decke kleben, weil die Kamera alles spiegelverkehrt und hoch und da irgendwas mäßig verkehrt aufnimmt. Ich glaube nicht, dass ich das auf die Schnelle gespiegelt kriege. Naja. Gut. Gucken wir mal einen weiter. Noch eine Lasius Niger. Überraschung. In dem Lasius Niger Kästchen, wo noch zwei Tetras drin sind. Naja. Na, die lassen sich schon gerade etwas schwieriger ins Bild bringen. Sorry, sorry. Aber qualitativ gute Aufnahmen kennt man von mir nicht. Daher verwackelt und über Kopf. Na komm. So. Auch, soweit ich das sehe, nur Larven. Jo. Gut. Dann kann ich die eigentlich auch wegtun. Ich suche jetzt eigentlich nur welche, die Puppen haben. Und Eier und sonst nichts. Und die bleiben dann hier oben. Ich werde jetzt nicht sofort einkeller. Nein. Wahrscheinlich erst morgen. Die muss ich nochmal füttern vorher. Hier auch. Noch mehr Lasius Niger. Auch die kriegen nachher noch ein bisschen Futter. Damit sie versorgt sind, die ersten Tage. Es ist ja noch gar nicht kalt. Es sind keine Ahnung. In meinem Keller sind es vielleicht 15 Grad oder so. Es ist auch draußen so noch nicht kalt. Es waren in letzter Zeit hier sogar relativ warme Tage. Aber die Ameisen, die haben trotzdem keinen Bock mehr und gehen in den Ballmodus. Daher wird es Zeit für die. Es macht keinen Sinn, die hier in einer warmen Hütte zu halten. Genauso wie die hier. Und ach du Scheiße, haben die ihre Watte zugemüllt. Naja. Äh. Hallo? So rum. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. So. Auch hier nur Larven. Jawohl. Sehr gut. Ist die Watte dreckig. Die kriegen auf jeden Fall ein neues Nest im nächsten Jahr. Gut. Für die nächste, für die Tetra, muss ich ein bisschen umbauen. Da ist nämlich viel mehr Wasser drin. Jetzt konnte ich die Kamera einfach schön zur Seite schieben. Stück aber nein. Keiner will sich das Gampel mit der Kamera und nicht fokussierten Ameisen angucken. Deshalb mache ich hier mal ganz kurz einen Cut. Und wir sehen uns sofort wieder. So, Freunde der freien und käuflichen Liebe. Weiter geht's. Da ist sie. Tetramorium Caspitum. Oder keine Ahnung. Tetramorium Spezies, wie man es jetzt nennt. Weil keiner weiß, wie viele es wirklich gibt. Aber naja. Äh. Ja. Die sitzt hier. Hat auch Larven. Ist auch somit Keller-Kandidatin. Und ich muss meine Kamera festhalten. Deshalb die Zitter-Aufnahme. Ich habe einen ziemlichen datterig, so wie es gerade aussieht. Naja. Gut. Sitzt hier. Nur Larven. Keller. Und wie lange nehme ich denn hier schon auf? Das sind... Ach du Scheiße. Mit dem Intro sind das bestimmt schon über acht Minuten. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, mache ich einfach morgen mit den restlichen weiter. Oder übermorgen. Oder wann auch immer ich Zeit habe, wann ich mal von der Arbeit komme. Ja. Dann sehen wir uns da und schauen einfach mal, was in dem großen Kästchen, dem Schuhkarton, noch so los ist an Ameisen. Das war ja nur das kleine Kästchen. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall besser vorbereitet als dieser Mist hier mit dem Wackelkamera. Naja. Besser vorbereitet im nächsten Video. Bis dann.